hallo youtube ja wie ihr seht ich habe meine haare geändert so wir sind in prim gelandet so ich hoffe er redet deutsch hallo so eine patrouille durch die mojave lässt einen was tut ihr hier was ist euer problem mit der mission the mission isn't a problem the problem is with supplies the convicts are better armed and organized in our intel initially suggested i'm trying to get some reinforcements here maybe some guns with some firepower but shit things are just going slow uh ja erzählen was fun most people just call it the ncrcf that's ncr correctional facility a while back the convicts there staged a coup kill the guards that weren't able to escape and have been ransacking the area since then has in version what's on the conflict not much they've taken a calling themselves powder gangers they've been using the explosives meant to clear boulders wasser die power they got organized faster than i would have thought most of them at least thankfully the small group in town here seemed to split off from the main force so they are getting anything in the way of support ah ok ich habe ein paar andere fragen ask away äh nein it's just for now goodbye du rätst mich nur auf englisch und hab ich keines drauf ich kann da nichts ändern ich weiß auch nicht welche mod das ist es ist halt so dass viele mods keine deutsche übersetzung haben und von dem her müssen wir schauen wo wir bleiben so ähm wo geht's denn da ich bin da über die brücke und da flogen wir und ich habe nicht gespeichert ja das ist natürlich typisch ich ja wie gesagt wegen dem inschen ist tut mir leid ich kann da nichts dran ändern ich kann da nichts dran ändern ja super ich sollte wirklich auf das mal ich kann da noch mal hey ich kann da noch mal jetzt wagen wir nochmal und müssen wir da hin natschen naja lasst uns nicht aufhalten ich schließe keine aufgaben ab ich gehe richtig was ist ja das passt jetzt habe ich auf den aufnahmeknopf gedrückt nur ist umständlich bei dieser button halt dass du es schiff kümmern voll energie los für euch heute meine arme viel glück da draußen ja danke jetzt hier nach brem richtung süden danke und wenn ich einen bogen um die karawane machen da sind sie auf der waffen immer griff bereit ja ja da war doch was ok weiter geht's sie leben noch schade ja ein paar guten waffen ok so drücken wir nochmal auf die tube da ankommen wo wir hin wollen so so die lassen wir mal ein bisschen kämpfen so das wäre erledigt so haste gut hallo hallo gut das war's dann wohl guten morgen guten morgen moment ich weiß ich bin überladen das werden wir so oft haben ich bin da müsste euch nicht dran stören hi hi ok die haben wir habt ihr noch jemand erschossen guten morgen zu einer patrouille durch die mutabele so ist nur noch mal wegen waffen hausgemacht 88 und 9 dann machen wir das doch so was ist das ok dann ist da hin die mause die 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 so hundeli du musst etwas tragen und zwar erst mal das hier das 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 okay Okay, weiter geht's. Speichern wir eine Runde. Müssen wir uns das nochmal anhören? Äh, was going on, Prim? Könnt ihr da nicht helfen? Warum nicht? Okay. Machen wir es nochmal. Ja. So, und dann war es hier entlang, ne? Okay. Wir sind doch schon wieder am Schießen. Wann her? Wieso ist Jeffrey bewusstlos? Kommt er ja. Ja, mit dem Hund können wir auch nicht überall rein gehen, weil er als Pfand angesehen wird, zum Teil. So. Mit dem Leutnant nochmal. Hallo. Ich bin Lieutenant Hayes aus der Neue Kalifornien. Ja, äh, was tut ihr hier? Ja, mhm, was ist das Problem? Die Mission ist kein Problem. Okay. Ja, erzähl mal. Das war's für das. Uh, do you have any information on the convicts? Not much. They got organized. Das war's für das. Na, good bye. So. Ähm, wo müssen wir entlang? Ohne das zu sterben? Ohne das zu sterben? Ich bin bestimmt schon gerne jetzt sogar da. Ja. Ha, geschafft. Die Powerband, die sieht man aber auch vom Weiten, oder? Ähm, ja. Ah! Oh. Oh. Komm mal. Das war der... Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Oh! Pft! Wieso? Ja! Dann! Ah! Sie haben ihn getötet! Verdammt! Was ist das denn für ein Scheiß? Ich sag noch, die sieht man vom Weinen. Ich wusste ja nicht, dass sie mich direkt angreifen. Okay, jetzt wissen wir es. Aber das war weird. Ich konnte gar nicht... Okay. Ich hab da auch nicht so viel Schuss von. Ich hab da auch nicht so viel Schuss. Ah! Steh auf. Ach, ich treff euch nicht. Sorry, ich bin auf den Aufnahmeknopf gekommen. Ich bin auf den Aufnahmeknopf gekommen. Ich komme ja gar nicht mehr klar. Und dieses Rad, das nervt mich auch. Okay. Das war gerade wirklich wert. Ich habe halt nicht so viel Monizone. Genau. Und hier. Hey, Kumpel. Ich habe doch Dynamite gegeben, oder? Alles klar. Okay. Los. Marsch. Okay. Okay. Ja. Wie schmeiß ich denn die... Ja, schmeiß doch einfach diese... Blöde. Ich habe vergessen, dass man das auch machen kann. Aber... Wie schmeiß ich denn? Nicht den Hund. Nicht die. Ich habe keine Ahnung. Ein Ding. Einde. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich glaube, es ist das für mich. Ich bin schon mal. Wo ist die LNK, wenn man sie braucht? Nein! Nein! Ach ja, stimmt. Ja, ich habe es vergessen, dass man das auch... Ah, jetzt kommst du. So. Endlich mal! Mann getroffen! Ja, warum schießt du dann nicht? Sag nicht, die stellen immer wieder auf. Das ist ja... Okay, aber das muss ich jetzt eben üben. Und los! Nein, das brauchen wir auch nicht. Schmeißen! Okay, ich habe es verstanden. Meine Güte. Also manchmal stelle ich mich wirklich doof. Schon wieder? Noch wer? Hey, das ist ja Wahnsinn! Das war aber doch... Ich muss mal die Mod gucken. War das damals auch so? Ich muss mir meine alte Dingens anschauen. Dass sie hier so viele rumhängen. Echt jetzt? Was? Ist ja Wahnsinn. Mit dem gute Waffen dabei. Was habe ich denn für Mods? Oh, warte. Warte, der hat die Buffhaut. Ähm. Hm, 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 hm. Die macht 37. 36. 31. Okay. Okay. Ähm. Moment. Smith & Westen macht 30. Okay. 12. Natürlich. So. Und. Sprich. Das ist... so frühmöglich. Ich glaube, das werde ich mir wieder deinstallieren. So, wo muss ich eigentlich hin? Ach, wir sind hier bei der Achterbahn. Deswegen. Ich wollte doch gar nicht hier hin. Kind. Ja, aber das müssen wir ja. Gut. Ich beende den Part. War genug Action. Für mich. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da rein müssen. Wo sind wir? Nein. Wo sind wir denn? Das ist doch noch nicht Prim. Hör doch mal auf. Doch, wir sind im Prim. Canyon-Frag. Verlassenes Zelt. Aber ich habe Prim in Erinnerung. Kleine Städtchen und so. und nicht so ein paar Vollkauf. Ich bin gleich wieder überladen. Ich weiß. eine Rief an. Eine Riefen, nehmt mal mit. Ich habe ja Tick biegel. okay ich dachte an etwas anders als ich das da rein reingegangen aber es war glaube ich hier sheriff stimmt ja die waren tot genau das habe ich gesucht gehabt hier mit schachbrett bräuchte ich ich wollte doch den part beenden das seht ihr ich habe extra alarm gemacht trotzdem spiele ich wieder länger nun denn ich würde sagen noch mal speichern und ja dann wo ist denn die stadt wo waren denn die waren hier drinnen sind wir hier im fans casino genau du jeffrey du musst hierbleiben es tut mir leid die schießen auf dich wait your boy ja guck mich nicht so toll doof an okay ihr lieben dann sage ich aber im nächsten part gehen wir da rein jetzt verabschiede ich mich endgültig bis dahin adios bis